Sie haben 2009 in einem Interview der Zeitschrift Lettre International gesagt, meine Vorstellung wäre generell kein Zuzug mehr außer für hochqualifizierte und perspektivisch keine Transferleistungen mehr für Einwanderer. In den USA müssen Einwanderer arbeiten, weil sie kein Geld bekommen und werden deshalb viel besser integriert. Wäre das auch heute ein Ansatz? Das ist immer noch richtig. Man kann lange darüber streiten, ob es eine Einwanderung in die Sozialsysteme gibt. Aber wenn man überlegt, dass jemand mit zwei Kindern über der Bürgergeld und über die Wohnung und Gesundheitsversorgung bei uns vom Staat 3.500 Euro netto bekommt, dann würden ja südlich des Mittels mehr das Heilige leben, wenn die das nicht irgendwie in ihre Überlegungen mit einbeziehen würden. Und in dem Augenblick, wo man sagt, du kannst gerne zu uns kommen, aber du lebst von deiner Hände oder von deines Kopfes Arbeit und sonst eben nicht, sonst kannst du nicht bei uns leben, dann kommt erstens eine andere Art von Menschen und die Menschen werden sich auch ganz anders integrieren, denn die wahre Integration vollzieht sich immer über die Arbeitswelt, nicht aber davon, wenn man in einer vom Staat finanzierten Wohnung sitzt und Stütze bezieht. Nun war Ihr Thema 2010 schon Migration, dann hatten wir 2015, 16, den Migrationsherbst und wir sind jetzt eigentlich wieder an einem Punkt, wo die Aufnahmeeinrichtungen volllaufen. Warum lernt Deutschland aus diesen Problemen nichts? Da muss man fragen, wie Politik funktioniert. Politik, bei den meisten Politikern, funktioniert ja Politik nicht so, dass sie ein Problem durchdenken und dann nach einer Lösung suchen, sondern Politik funktioniert so, dass sie selbst von gewissen Themen überzeugt sind, die sie dann ideologisch voranbringen und es gibt eben unter den etablierten Parteien nur wenige Politiker, die für Migrationsbegrenzungen sind oder es funktioniert so, dass der potenzielle Wähler da Probleme an sie ranträgt. Und wenn er das tut, dann wird reagiert und sobald er aufhört, das zu tun, wird eben nicht mehr reagiert. Wenn Sie jetzt im Augenblick sehen, was im Augenblick läuft nach den letzten, nach den jüngsten AfD-Wahlerfolgen, plötzlich entdeckt man wieder das Thema Migration, wie geht es eilig an die Migrationspaktzimmern und so weiter. Das ist eine reine Anpassung an den empfundenen Druck von Seiten der Wähler. Sobald die Politiker das Gefühl haben, dass also dieser Druck nachlässt, wird auch das Thema wieder verschwinden. Das ist das Problem. Es gab ja eine Art Übereinkunft bei den großen Parteien, das Thema möglichst nicht anzufassen, damit es sozusagen in Vergessenheit gerät. Das war schon eine Idee der Kanzlerin. Der frühere Innenminister Seehofer hat mir mal erzählt, dass er immer in den Vier-Augen-Gesprächen mit der Kanzlerin vor den Fraktionssitzungen, dass sie ihm immer gesagt hat, dann red doch nicht drüber. Also mit anderen Worten, wenn man nicht über Migration redet, dann ist die auch irgendwie weg und niemand ärgert sich. Ja, das funktioniert teilweise. Ich habe es ja bei mir erlebt, nach meinem Buch Deutschland schafft sich ab und nach meinen üblichen migrations- oder islamkritischen Büchern gab es ja auch eine gewisse politische Übereinkunft in den Medien, in den sogenannten Leitmedien, wie auch in der Politik, möglichst nicht darüber reden. Das funktioniert immer. Es funktioniert aber nur bis zu einem gewissen Gerade. Es funktioniert nur bei den Problemen, die der Bürger nicht täglich spürt. Normalerweise, ich hatte ja viele Gespräche in Berlin, es gibt ja Viertel, wo sich das Migrationsproblem konzentriert. Und es gibt andere Viertel, wie in Seelendorf oder sonst etwas, wo man selten jemand mit Kopftuch sieht. Und in diesen Vierteln, wo man selten jemand mit Kopftuch sah, habe ich immer wieder gesehen, dass die Menschen, da sie das Problem nicht vor Augen hatten, auch irgendwie das Problem vergaßen. Im Augenblick sind wir aber in einer Situation, wo sich in immer weiteren Teilen von Deutschland bis in die kleinen Dörfer in der Tiefe Brandenburgs die Erkenntnis verbreitet, dass wir hier ein Problem haben, was man eben nicht vergessen kann, weil es eben mehr und mehr im Leben aller Menschen spürbar wird. Und jetzt beginnt der umgekehrte Effekt. Man hat versucht, indem man darüber nicht sprach, das Problem zu verdrängen, aber der Bürger, der erkennt, dass die Politik aus taktischen Gründen über die Probleme, die ihn wirklich bewegen, nicht reden will, verliert ja mit der Zeit das Vertrauen in die Politik. Und wenn das Vertrauen mal weg ist, geht das auch nicht leicht zurück. Und das ist jetzt wirklich ein Problem. Ich habe mit Thilo Sarrazin auch darüber gesprochen, wer mehr Fehler gemacht hat, die Grünen oder die Kanzlerin mit ihrer Migrationspolitik. Ein spannendes Gespräch, die Auflösung sehen Sie, wenn Sie das Gespräch in ganzer Länge sehen, und zwar auf www.news.de, N-I-U-S, eine Seite, die man sich merken muss.